So, das ist Lainez und WilliTV. Das ist der kleine Lainez. Und Lainez wohnt für drei Tage bei mir. Das ist eigentlich mein Pfleger-Havaneser. Er sieht ein bisschen gerupft aus, weil er gerade bei der Schur war. Ja, und Lainez ist eher so ein ruhiger Bürger. Er ist halt immer so leicht unterwürfig und macht immer einen sehr, ich sag mal, zurückhaltenden Eindruck. Und er muss sich aber in Zukunft mit einem anderen Hund gut verstehen. Und zwar ist das dieser kleine Golden Retriever-Welpe. Das ist Willi, mein erster eigener Hund. Und Willi wohnt seit einem Monat bei mir. Der ist jetzt drei Monate alt. Und er zerpflückt gerade seinen schönen Welpentudel. Er ist nämlich noch ziemlich... Hey! Jetzt ist gut. Willi? Wir lassen den Tulle noch ein paar Tage länger heilen. Du darfst ihn ja irgendwann zerstören. Aber jetzt wollen wir ein bisschen üben. Und vielleicht kannst du von Lainez was lernen. Wir machen jetzt ein paar einfache Kommandos. Das geht natürlich nur mit Leckerlis. Jedenfalls bei so einer kleinen Welpe. Und dafür kannst du schon ein paar Sachen, die Lainez noch nicht kann. So, ich will nicht so viel quatschen. Ich stelle jetzt mal die Kamera hier hin. Dass wir da irgendwie halbwegs gut drauf sind. Und... Ich glaube, das geht. Okay. Lainez, hier. Grundübung. Willi, sitz. Halt. Sitz. Das ist fein. Lainez, hier. Lainez, hier. Ja. Und die kannst du unterwürfen. Hier hinten. Hier hinten. Hey. Hey. Alles. Hier hinten. Komm her. Nee, ist okay. Willi, du machst nicht so eine Faxen und bettel mich. Nein, jetzt Platz. Nein. Willi, Platz. Fein. Und für die Sitz. Super. Nein, jetzt Sitz. Sitz. Fein. Du findest die Leckerli ist gar nicht so geil, ne? Irgendwie bist du nicht im Bild. Komm mal ein Stück hier rüber. So. Und Sitz. 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 Du bist fein. Lainez, hier hinten. Hier. Und Sitz. Fein. Und jetzt macht ihr beide Platz, 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 Platz. Super. Super. Toll. Du bist ganz schön gierig. Und Vorsicht, da ist eine Wespe. Aber die haut doch wieder ab. Wunderbar. Und jetzt gehen wir beide in den Sitz. Sitz. Super. Willi, gib Pfötchen. Ja, toll. Gib Pfötchen. Hast du das gesehen? Der gibt Pfötchen. Dafür kostet ein Leckerli. Machst du das auch ohne Leckerli? Pfötchen. Jo. 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 Dankeschön. Heinz. Pfötchen. Gib Pfötchen. Nein, du jetzt nicht. Pfötchen, nein. Hey. Ist okay, du kleiner Temperament. Voller Rühle. Platz. Und bleib. Du machst auch Platz. Okay. Du sollst dieses Leckerli haben. Das kannst du aber nicht. Platz. Hey. Platz. Hier kommt das Leckerli hier. Und hier kann man ja gar nichts mehr beibringen. Lennis, komm mal hierher. Lennis, hier. Und Platz. Ihr seid toll, ihr beiden. Hier. Ja. Willi. Sitz. Sitz. Und du auch. Sitz. Willi, sitz. Und bleib. Ihr seid die tollsten Hunde der Welt. So, und jetzt gebt euch einen Kuss. Hm? Ach, ihr seid super. Platz. Und hier. Ihr könnt so Sachen, die der andere ohne mich kann. Und Feierabend. Feierabend. Jetzt können wir noch ein bisschen was spielen. Sitz. 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 Willi, sitz. Hoch. Du kleines Luder. Keine Leckerlis mehr, denkst du es? Ach. Sitz. Sitz. Oh, das war aber mühsam, ne? Du machst es toll, oder? Und du musst zur Straße nochmal Sitz machen. Sitz. Ich wiederhole die Kommandos zu oft, ist alles falsch, was ich mache. Ja, also nur einmal Sitz sagen. Tja. Du hast aber heute auch schon viel gelernt. Danke. Boah, seid doch nicht so feige. Komm her, ne? Ich sehe überhaupt kein Futterneid. Überhaupt keine Aggression. Eine kleine, verspielte, verfressene Welpe. Und ein total eingeschüchterter Hund, der immer so leicht devot ist. Ach, die bietet schon eine. Eine kleine Auffassung. So, jetzt genug gefällt.